Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abblenden. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Blendet ab. Blendete ab. Hat abgeblendet. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich blende ab. Du blendest ab. Er blendet ab. Wir blenden ab. Ihr blendet ab. Sie blenden ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich blendete ab. Du blendetest ab. Er blendete ab. Wir blendeten ab. Ihr blendetet ab. Sie blendeten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeblendet. Du hast abgeblendet. Er hat abgeblendet. Wir haben abgeblendet. Ihr habt abgeblendet. Sie haben abgeblendet. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich blende ab. Du blendest ab. Er blendet ab. Wir blendeten ab. Ihr blendet ab. Sie blendeten ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich blendete ab. Du blendetest ab. Er blendete ab. Wir blendeten ab. Ihr blendetet ab. Sie blendeten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Blende ab, du. Blenden ab, wir. Blendet ab, ihr. Blenden ab, sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abblenden. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.